Aktien mit Rabatt kaufen. Wer will das denn bitte nicht? Wie das geht und was man dabei vor allem beachten muss, das erklärt uns im neuen Video unser Erklärbär Ritchie. Aktien mit Rabatt kaufen, tja Ritchie, wenn das so einfach wäre, würden wir beide wahrscheinlich kein Video dazu drehen. Also lüfte mal bitte das Geheimnis, geht das und wenn ja, wie? Ich glaube, da wird uns Geheimnis einfach für uns behalten. Aber bevor ich auf deine Frage eingehe, Gegenfrage, wie hoch kann theoretisch eine Aktie steigen? Bringst mich fast schon ins Schwitzen, ich würde behaupten, unendlich. Unendlich ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Zahl für uns Menschen, die man mit hohen Zahlen schwer arbeiten können. Aber wer sich mal die Amazon von vor zehn Jahren anschaut und jetzt, der hat so ein bisschen ein Gefühl, was unendlich theoretisch sein kann. Und genau da setzen diese rabattierten Aktien, ich nenne es jetzt mal einfach Discount-Zertifikate, das ist der offizielle Name davon, also ein Verbriefsprivat, da setzen die an und die kann man auf Aktien als auch auf Indizes erwerben. Wie funktionieren die? Nun, diese Chance auf unendliche Gewinne, die verkaufe ich. Und dafür kriege ich einfach, ich bleibe mal mit Beispiel bei einer Aktie, die Aktie günstiger. Aktie steht aktuell bei 100 Euro und ich kriege sie zu 95. Das klingt erstmal gut. Aber wie gesagt, ich verkaufe ja meine Chance auf unendliche Gewinne. Das heißt, bei 120 ist Schicht im Schacht. Wenn die Aktie über 120 steigt, dann kriege ich halt einfach nur 120 Euro ausgezahlt, mehr nicht. Wenn sie drunter bleibt, kriege ich die Aktie geliefert oder den entsprechenden Preis gezahlt. Das Ganze hat eine Laufzeit und genau an diesem Stichtag, am Ende der Laufzeit wird einfach geschaut, A oder B, was passiert, kriege ich die Aktie oder kriege ich eben das Geld ausgezahlt. Okay, wir sprechen dann also nicht mehr über Aktien, sondern über die sogenannten Discount-Zertifikate. Für welche Situationen oder für welche Anleger eignen sich die? Also wie gerade schon gesprochen, wenn du halt davon ausgehst, dass eine Aktie im nächsten Jahr um 100% steigen wird, dann lass bitte die Finger von Discounts. Weil man sieht ja schon ganz klar in der Erklärung, da habe ich relativ nah eine Grenze, wo da einfach mal Schluss ist. Dementsprechend sind Discount-Zertifikate gerade für die Marktsituationen geeignet, wo man einfach sich glaubt, nicht wirklich entscheiden zu können und eher der Meinung ist, der Markt wird leicht steigen, leicht fallen, vielleicht einfach nur seitwärts laufen. So ein typischer Sommermonat oder Sommermonat, nicht gerade wie jetzt, jetzt ist mehr Musik drin, aber häufig haben wir einfach so Märkte, die echt unentschlossen sind. Und genau dann kann man solche Produkte durchaus sinnvoll einsetzen. Wenn man einfach, ich komme mal an mein Beispiel zurück, ich kaufe die Aktie mit der Rabatt 5,95 Euro. Nach einem Jahr hat sich in der Aktie relativ wenig getan. Die ist bei 110. Hätte ich die Aktie direkt gekauft, bei 100 bis 110, hätte ich 10 Euro pro Aktie Gewinn gemacht. Und mit diesem Discount-Zertifikat kriege ich die Aktie hin. So 95 und kann es am Schluss bei 110 veräußern und hätte damit 15 Euro Gewinn gemacht. Genau für solche Situationen ist es geeignet. Oder selbst wenn die Aktie leicht fällt, die Aktie fällt auf 97 Euro. Mit der Aktie direkt hätte ich einen Verlust von 3 Euro. Und mit dem Discount-Zertifikat habe immer noch 2 Euro Gewinn gemacht. Das klingt erstmal bei seitlich laufenden Märkten ganz gut, bei fallenden Märkten habe ich ein bisschen Sicherheit drin. Eins möchte ich aber auch noch ganz klar sagen, das gehört auf dem Beipackzettel dazu. Wenn es Dividenden gibt in der Zeit, wo ich das Zertifikat habe, kriege ich die als Zertifikat-Inhaber nicht. Das muss man auch mit berücksichtigen. Dann sprechen wir bisher eigentlich relativ oft von steigenden Märkten. Wo dann der Cap greift, gilt das auch genauso umgekehrt. Also wenn die Aktie fällt. Ja gut, wenn die Aktie fällt, machen wir das Beispiel mal weiter, am Ende der Laufzeit ist er bei 70 Euro. Hättest du die Aktie direkt gekauft und wir erhalten von 100 bis 70 waren 30 Euro Verluste, die du dann eben hättest. Und bei dem Discount-Zertifikat verlierst du halt bloß 25 von 95 bis auf den Betrag. Was man auch sagen muss, wenn du jetzt irgendwie jemand bist, der gerade verfallene Märkten Angst hat, der sagt, ich möchte aber eine gewisse Sicherheit noch mehr haben. Auch die Funktionalität gibt es bei Discount-Zertifikaten. Es gibt einfach sogenannte Protect-Discount-Zertifikat. Das ist ein krängiger Name. Und es ist halt wie beim Auto, wenn du halt nicht nur die Haftpflicht, sondern auch die Vollkasko haben willst, dann zahlst du dafür. Das heißt, Zahlen bedeutet, du hättest in jedem Fall bei 60 Euro ein sogenanntes Protect-Discount-Level. Unter der Grenze sollte die Aktie nie notieren während der Laufzeit. Solange sie immer drüber bleiben, kriegst du am Ende der Laufzeit auf jeden Fall dein Cap garantiert ausgezahlt. Nur stopp langsam, bevor du losläufst. Das Cap ist dann aber nicht mehr bei 120, sondern vielleicht nur noch bei 105. Weil einfach ganz klar, damit zahlst du diese Versicherung, gibst noch mehr von der Gewinnchance ab, weil du einfach unten eine Sicherheit drin haben willst. Also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das richtige oder jenes das richtige Produkt. Das muss jeder selber wissen. Es muss einfach einem klar sein, wenn ich mehr Sicherheit haben will, habe ich automatisch auch weniger Renditechance. Das ist üblich. Okay, das heißt, am Ende des Videos wollen wir nochmal zusammenfassen, Ritchi, in genau drei Sätzen, wenn du das überhaupt hinbekommst. Was ist ein Discount-Zertifikat, wie funktioniert es und für wen oder für welche Situationen eignet sich das? Ich stelle die Frage einer nach der anderen. Erstens, was ist es genau? Ein verbrieftes Derivat, bei dem ich meine Chancen auf unendliche Gewinne abgebe und dementsprechend günstiger an die Aktie selber reinkommen. Ganz wichtig, nicht nur Aktien, sondern auch Indizes und das Ganze ist immer auf Ende der Laufzeit zu betrachten. Erste Frage. Zweite? Wie funktioniert das Ganze? Also, funktioniert das Ganze, habe ich ja schon den ersten fast mitbeschrieben. Es funktioniert dementsprechend, dass ich über der Wertpapierbörse, wie bei uns in der Börse Stuttgart, ganz normal das Produkt kaufen kann. Es hat also eine eigene Wertpapierkennung. Es ist nicht die Aktie selber. Ich muss mir vorher natürlich im Klaren sein, welches Produkt ist für mich das Richtige? Und jetzt kommt da die letzte, die dritte Frage. Für wen und für wann ist es geeignet? Ich muss halt auch sagen, es passt zu meiner Anlageentscheidung. Wenn ich natürlich eine Aktie habe, von der ich glaube, die wird absolut durch die Decke gehen, dann macht es ein Discount-Zertifikat natürlich gar keinen Sinn. Wenn ich aber eher ein sicherheitsbewusster Anleger bin und sage, seitwärtsrendite, also sprich bloß, wenn der Markt seitlich läuft und nicht allzu viel passiert, von drei, vier, fünf Prozent bin ich sehr zufrieden, dann wäre es das richtige Produkt für den Kunden. Wenn man auch sich nicht zutraut zu sagen, steigen wir leicht, fallen wir leicht, aber ich glaube, die Bewegung wird nicht allzu groß sein, dann wäre es das richtige Produkt. So viel dann zu den Basics, zu den Discount-Zertifikaten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr damit schon Erfahrungen habt oder ob ihr jetzt vielleicht vorhabt, welche zu machen und dann, Richi, du hast schon leicht angeteasert, da gibt es noch mehr in dieser Welt der Discounts. Ja, also, was ich ganz interessant finde, weil jeder das jetzt so anhört und merkt, ich kaufe ein Produkt vor einer Bank, ich gewinne nicht unendlich, dafür muss die Bank ja einen Vorteil haben, setze ich dann gegen die Bank, das hört man immer wieder. Und wenn das Interesse besteht, würde ich ganz gerne mal diese schwarze Finanzmagie im Hintergrund mal aufdecken und zeigen, was macht eigentlich die Bank auf der anderen Seite, um das Geschäft abzusichern, weil die setzt nicht gegen dich oder mich, das ist denen viel zu riskant, die sichern sich einfach selber ab und bei der Absicherung kriegen die einen gewissen Ertrag und einen kleinen davon behalten sie selber und den Rest geben sie uns weiter, das erkläre ich gerne mal, was ich auch sehr interessant finde, was ich gerne mal erklären würde, wenn Interesse da ist, wie finde ich das richtige Produkt zu meiner Meinung, zu meiner Marktmeinung und gibt es eine Möglichkeit, wenn es kein Produkt auf dem Markt gibt, zu meiner Meinung passt, ob ich irgendwie eine Bank dazu kriegen kann, für mich so ein Produkt aufzulegen. Wenn Interesse da ist, einfach mal einen Kommentar da lassen, das wird ein krankes Video, denke ich mal. Ich hoffe doch, ihr entscheidet drüber und dann würde ich sagen, Gritschi, lassen wir uns überraschen, zu was wir uns demnächst sehen.